Hopfen und Malz, Gott erhalts! OZAPTIS und D-Show seit 500 Jahren! Feiert mit 500 Jahre deutsches Bier! Am 23. April ab 17 Uhr am Sportplatz in Steckenroth. Mit dabei die Live-Band, die Original-Gipfelstürmer, Fassbieranstich mit Freibier und eine Mordsgaudi. 500 Jahre deutsches Bier! Am 23. April ab 17 Uhr am Sportplatz in Steckenroth. Eintritt 5 Euro.